Ja, ich bin immer noch am Hauptmarkt. Hier ist der Aufbau in vollem Gange. Ich zeig euch mal was, wenn die hier aufbauen. Das finde ich auch sehr interessant. Und wir gucken uns jetzt mal das Fließrad an, wenn es aufgebaut wird. Das hat nämlich einen echt geilen Klang. Hört sich an die Hose. So, werde ich mich mal kurz zurückkleiden. Und zwar, die sind jetzt mal verdammert. Da kann man die Abstecher machen, die wilde Maus. Die wilde Maus wird nämlich auch noch ausgebaut. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.